Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digi-Adventure in der Region Ägypten. Das hier, Pyramide. Ich habe gerade schon gesehen. Da sind auch noch zwei. Ja, gut. So, das heißt, Halt, Dich, Darüber, Dich, Darüber und Darunter, Zack, Halt. Ich habe gerade noch mit den Augen mit gesehen. So. So, hier geht auch nichts. Nichts, gut. So. Ne, da ist nichts, gut. Ja, aber, okay, das sehe ich sofort. Okay, danke schön. Hier ist nichts mehr, gut. Da ist aber noch was. Okay. Okay, da war sonst nichts mehr. Jut, jetzt geht's hier weiter. Ja, ist auch nichts. Da ist nichts. Gut. Jut, jetzt geht's da hoch. Ja. Ja. Achso, ja, okay, gut. Da ist auch nichts. Nein, gut, dann geht es jetzt da oben weiter. Da ist nichts. Okay, dann geht es hier weiter. Hier ist nichts. So, dann hier ist nichts mehr. Da war ein Schlüssel, okay. Hier ist was, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, zack. Da sind auch keine Geheimgänge. Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Hier war auch nichts. Nein, und hier auch nichts. Ach halt, Moment, ich habe hier noch was übersehen. Erstmal hier drüben. Ähm, ja, machen wir mal hier weiter. Gut. Komm hier immer noch nicht hin. Gut. Okay. Okay. So. Hier bin ich immer noch nicht. Nein. Da bin ich reingekommen. Da war noch was. Achso, da komme ich auch noch gar nicht hin. Da sagt das doch direkt, Mensch. Hier wird da noch eine Ecke. Ne, aber hier wird noch eine Ecke. Hier wird doch garantiert noch eine Ecke. Hier wird doch garantiert noch eine Ecke. Da ist noch was. Da ist auch noch was, okay. Okay. Dann gehen wir erstmal da oben rein. So. Hm. Ja, suchen wir später mal. Das geht da. Okay. Gut. Dann erstmal den hier. So. Da jedenfalls. So. Hier geht es weiter. Hier geht es so rum. Zack. Sprich mit Linda. Ja, aber. Das geht da. Ich habe immer noch nicht den Punkt gefunden, wo ich darüber kommen kann. Ich habe irgendwo etwas übersehen, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da muss ich gucken. Wo? Auf der 3. Ach, da habe ich einen übersehen. Ja, ja, okay gut. Ich habe da, ich habe hier einen übersehen. Ne, da habe ich den übersehen, da ist es genau so. So, dann geht es hier weiter. Sollte schon mal passieren, ne? So, das war das, aber wir sind hier immer noch nicht durch. Okay, da fehlt immer noch was. Hier fehlt immer noch einer. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder zurück. Okay, irgendwo haben wir hier noch etwas übersehen. Wie viel sind das denn noch? Oh, noch eine ganze Ecke. Also das heißt, es muss hier irgendwo noch einen geheimen Gang geben. Hier ist nichts, da ist nichts. Ja, da oben ist noch was. Habe ich nicht gesehen vorhin. Da war ich mal wieder so schnell. Die Hälfte übersehen ab hier. So. Achso, die sind normale Steine. Ja gut, okay. Einmal, zack. Zweimal, zack. Und wo auch noch viermal. Damit danke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen, auf YouTube, auf Twitch und auf Kick. Bis zur nächsten Folge und Tschüss sagt dir Toto.